Meine Sturm-Druppler, ihr habt unser SWTOR Giveaway verpasst. Schaut ins letzte Video rein. Naja, immer noch. Fähig ich jetzt schon drauf? Ja. Juhu, weiter geht's. Okay. Ich würde aufmohnten, frag sie. So, mussten wir hier noch irgendwas nehmen, wir müssen zum Gleiterpunkt Schön im Polonaise Willkommen, Taxi im korelianischen Sektor Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt Wieder so schön hintereinander Beton und ich sind fusioniert Ah, jetzt sind wir getrennt Sind alle da? Also zuerst ist hier die Klassenkrist von Imperator Wieder zusammengeflickt Schmeichelt euch ein, wie ihr wollt Die Exchange übernimmt euer Geschäft Egal, wie viel Honig ihr mir um den Mund schmiert Glaubt mir, ihr werdet das Süße dem Schafen vorziehen Einen Schritt näher und ihr werdet von zwei Dutzend Sith umstellt Zwei Dutzend? Netter Versuch, Schätzchen Ihr sind keine Sith Einer wird ihr schon reichen Jetzt habt ihr ein Problem, was Captain? Ihr habt also wirklich einen Sith im Ärmel Wir wurden ausgebildet, Sith auszuschalten Lasst die Muskeln spielen, Leute Ich habe euch lange genug ertragen Tötet den Sith Mit Leichtigkeit Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft Aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Timing Ihr seid der Schüler, von dem Darth Baras berichtet hat, oder? Endlich hat es jemand erkannt Ich habe ein Talent für das Offensichtliche Darum bitte ich Baras auch immer um eine Gehaltserhöhung Halidral Setzin Ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten Das wird nicht einfach Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit Das klingt nach einem Plan Baras vertraut mir nicht grundlos Ein Tipp, wo ihr anfangen könntet Ratari hat plötzlich das Huttenkartell unter Druck gesetzt Es heißt, dass sie ihm bald einige wichtige Gebiete überschreiben werden Er und sein Schüler Girik hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartellhauptquartier Also wenn ihr da reinplatzt Warten eine Menge Blaster auf mich Nur wenn ihr zu viel mit eurem Nichtschwert wedelt Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet Ratari kann sie nicht einfach angreifen Er muss diplomatisch vorgehen Leider gilt dasselbe auch für euch Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt Sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann Erzählt mir nicht, wie ich meine Arbeit zu machen habe Ich will nur alle Möglichkeiten durchgehen Gewöhnt man sich an, wenn man für Baras arbeitet Wenn diese ganze Geschichte vorüber und Ratari erledigt ist Können wir uns vielleicht besser kennenlernen Wenn ich in der Stimmung bin Wenn euch schon das Töten eines Sith Lords nicht romantisch stimmt Dann wohl gar nichts Ich muss mich jetzt um eine Sklavenlieferung kümmern Aber ich bin hier, wenn ihr nicht braucht Viel Glück Ich würde es heute hier haben Ich muss einen Korb geben So, wieder raus Dann bringt dich also gar nichts in Stimmung Laut ihrer Meinung Oh, falsch aufgemacht Ich muss hier Ich muss hier Zuschauer Ehre Da sind rote Wir müssen nicht jeden roten töten, der hier rumsteht Denn hier stehen überall rote Gegner Einfach leise durchschleicht Ist nicht qualifiziert Ich gebe dir gleich Ich bin nicht Komm mal Beton muss kämpfen Ja Geht Darf ich jetzt nennen? Moment Ja Jetzt geht's Keiner von uns wollte den armen Menschen helfen Wow Mit einem Charge-Agriff Ter speak Also geht's Die 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 Entste Die 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 Meine Gebeterin, ich möchte mich für Gestresverhalten entschuldigen. Das war kein Benehmen. Wenigstens eine hier kennt ihren Platz. Ich respektiere euch sehr. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Von euch geht eine Macht aus, die Palladius trotz all seiner Prallerei und Befehle nie ausgestrahlt hat. Ich muss nicht prallen. Mein Wille geschieht, sobald ich daran denke. Das meine ich. Ihr seid stark, wo Palladius nur vorgibt, es zu sein. Wie auch immer, wenn wir uns Palladius-Kult vorknöpfen wollen, brauchen wir ein echtes Hauptquartier. Einen Ort der Zusammenkunft, an dem man reden halten kann. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich bereits so einen Ort gefunden habe. Das war gut so. Nun erzählt mir von diesem Ort. Es ist das Haus Strel, das nach dem Wohltäter Dagan Strel benannt ist. Die Leute haben zu ihm als Anführer aufgesehen. Er ist nun schon fast zehn Jahre tot, aber sein Name ist nicht vergessen. Ich dachte, es wäre vielleicht hilfreich, wenn sein Name im Zusammenhang mit dem Euren genannt wird. Ein bekannter Ort kann nicht schaden. Das Haus ist sehr bekannt und leicht zugänglich. Ich nehmt mal heilen. Hm? Du bist so ein bisschen angekratzt. Wow, warum bin ich überhaupt vorgecharrt? Damit du nicht laufen musst. Immer positiv sehen. Das war's für mich. WAH! WAH! Ich blitzen ja alles weg, ich bleibe einfach stehen. Da sehen wir ihn kurz vom Level ab. Ich glaube die Gegner sind zu klein oder so. Charged kaputt, also echt zu klein. Wir müssen jetzt für unsere gemeinschaftliche Quest noch Waffenverstecke und chemische Raffinerien kaputt machen. Okay. Die sollten hier auch irgendwo sein. Das ist der hinten blau? Kann das sein? Genau, die blauen Kisten und alles was sie sonst noch sollen. Aua! Oh, und Bonusfest für mich zum Zübentuchen. Ja, wenn du auf 26 runtergestuft wirst, ich hab nicht viel erwartet. Ja, ja, ja. Äh, irgendwie hab ich... Ah, da hinten draußen. Da hat auch noch Blut für mich leider. Ich glaub hier ist was für die Tom zum Einwanderen. Ich kann dieses komische Ding da oben auch machen. Da waren noch zwei Raffinerien, also zwei von diesen Konsolen. Dann hab ich die erst, glaub ich, gerade weggenommen. Jetzt kann das nur einer einsammeln. Oh scheiße, ich bin drum herum gelaufen, hab die nächste sehen. Hm? Voll innen gelocht. Läufer, jetzt ist so ne Konsole, also war alles gut. Ah. Ja, hier sind links herum und rechts herum. Ich hab das schon richtig. Voll drin gestoßen. Da hinten sehe ich die letzte Konsolen, die wir noch brauchen. Warum sind sie falsch herum? Was? War falsch herum. Und jetzt, ähm. Hier können wir jetzt so einen Schnell-Dings-Punkt reinschalten. Achso, das war nur das Ding abholen. Ja, du bist doch immer so erpicht darauf, die Punkte einzusammeln. Ist der mit Jabba der Hut verwandt? Nee, er hat auch noch einen Akzent. Godoba, bitte. Ich habe gute Neuigkeiten. Versuchen Sie nicht, uns zu täuschen. Das versuche ich nicht, aber ich möchte euch jemanden vorstellen. Meine Freunde erlaubt mir, euch die Verbündeten des Diplomatischen Dienstes auf Nar Shadda vorzustellen. Das Schatten-Syndikat. Das sind also die Spielgefährten des Imperiums. Ich stelle euch überall vor. Godoba der Hutte, Besitzer vom Club Vertica Casino und von fünf Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Der Diplomat ist in seinem Raumhafen angedockt. Ich und Beton gehören zu irgendeiner Sekte, während die Ladies eigentlich recht normal aussehen, oder? Oh Mann. Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vor ihr schon gescheitert sind. Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Tötet sie. Warum ist Okabi eine so große Bedrohung? Ich bin sicher, sie übertreiben. Er stellt eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Attentätern auf. Die Produktion von Detonierungstroiden wurde erhöht. Ah gut. Wenn Okabi seine Lektion nicht lernen will, kann das Imperium sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Jo, wir dürfen wieder herhallen. Alles klar. Schweigt. Ihr habt schon genug Ärger angerichtet. Meine Quellen berichten, dass Todesspadronen der Exchange auf dem Weg sind. So wie ihr seine Einrichtungen zerstört habt, wird er unsere zerstören. Die Probenade. Fabriken. Sklavengefängnisse. Okabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Er rüstet Soldaten für den Kampf auf. Er muss aufgehalten werden. Ich bin keine Strategin. Was schlagt ihr vor? Was greift es uns dann so ab? Soll die Exchange ruhig Zivilisten angreifen. Wir treffen mitten ins Herz. Was sind das für Verbesserungseinrichtungen? Ihr müsst die Tanks zerstören und die aus ihnen entstandenen Kreaturen ausschalten. Ich alarmiere unsere Truppen hier und habe ein Auge auf das Schattensyndikat. Wir reden weiter, wenn ihr zurück seid. Pals überleben? Was will das denn heißen? Natürlich überleben wir. Pals überlegen. Pals überDIB-DOT das berstream. Wir stehen da alle in Reihen geklebt mit unserem Schwert und du kommst da rausgerannt um die Ecke. Tja. Wir können aufmaunten, wir haben einen etwas weiteren Weg jetzt gerade vor uns. Die Tabs-Geräusche von deinem Tantan sind so süß. Hör die gar nicht. Ich mag die Triebwerke an dieser Schaukel. Das ist genau diese Schaukel. Dann maunten wir auf und du schaukelst auf. Ja. Bei dem bist du auch witzig. Ja, ich versuch's aber. Da will er nicht. Hm. Ui, der will aber irgendwas. Ey, das ist jetzt unfair. Ey, wie wolltest du nicht? Was wir erst nicht wollen und dann von hinten kommen. Wir müssen einfach für alles was in diesem Kybernetik-Tangst ist. Das ist alles chega. So. Oh. Cool. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.